Was soll der Scheiß? Na, ich hab dich gefragt, ob du ein Macker sein willst. Du hast ja gesagt, ich hab dir Geld gegeben. Was dachtest du denn, dass ich dafür keine Gegenleistung erwarte? Ja, ich dachte Macker. Ich dachte Macker wie Stecher. Ich hab nie gesagt, dass ich Lude sein will. Nie. Aber du willst doch ganz nach oben. Erste Klasse Jumbo-Check. Ja, ja. Mensch, Joda. Ach ja, dann schick ich mal eben ein paar Frauen auf den Strich und verprügel die, ne? Ich werd auch nicht gern geschlagen. Deswegen hast du mir ja so gut zu sein. Du bist sowas wie mein... mein Manager. Und ich bin dein Star. Joda, du verstehst das nicht. Der will 10.000 Kröten von mir. 10.000 Kröten! Weißt du, wie viel das ist? Habt ihr 10.000 Kröten? Habt ihr 10 Wille? Nee, hast du 10.000 Riesen? Na, hast du? Nein, hab ich nicht. Tut mir leid. Du musst dich selbst gerade machen. Komm, wir biegen ab. Wie? Fack die Sachen. Wir biegen ab. Wohin denn? Wie soll das funktionieren? Und wovon wollen wir leben? Du hast mich doch reingelegt. Du hast mich doch von Anfang an reingelegt, meine Fischwanzer! Geh! Geh! Du hast dich!